ja leute was geht willkommen zurück zu let's play last of us party ihr wisst nicht hier stehen geblieben in der letzten folge ja jetzt machen wir weiter das tor ganz ruhig kinder okay ihr wisst wie es läuft den roten folgen blockbuch führen alle infizierten töten wenn ihr kommt zurück ok dann mal los hier Das war's. Das war's. Das war's. Wo warst du? Hol dein Zeug. Ich will dir was zeigen. Was? Vertrauen. Mal los. Alter, die Grafik, der Schnee, meine Fresse, ist das geil. Kannst du's mir nicht einfach sagen? Eih, sieht das geil aus. Okay, das sieht so nice aus, diese Grafik. Ich komme nicht klar. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Phil, hallo. Aha. Hä? 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 ALT Abby? Wer ist Abby? Ist das Abby, die wir spielen wollen? Ja Ah, das ist zu flirten? In den Arsch treten? Ja, okay. Läuft bei dir, ne? Wow. Wow. Sieht so nice aus. Okay. Und wenn er da drin ist, dann kommen wir zu ihm. Wir fangen eine Patrouille ab, fragen nach ihm und dann, ich weiß nicht, wenn wir ihn vielleicht irgendwie rauslaufen. Ja, okay. Wir geben uns bestimmt gern alle Informationen. Dann zwingen wir sie eben. Hast du dir eigentlich zu? Hast du ne bessere Idee? Was ist denn los mit dir? Er ist schwanger. Oh. Okay. Aber es ist nicht nur das. Sollte ich gratulieren? Wenn die anderen das sehen, werden sie umkehren wollen. Wir überzeugen sie. Stimmt's? War klar, dass ich nicht auf dich zählen kann. Abby. Ich will, was du willst. Aber nicht um jeden Preis. Hey. 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 okay das gefühl dass er irgendwie zu dem bösen gehört weiß nicht warum ich bin da nicht richtig aber es sieht so geil ausläutet dieser schnee läuft doch hier und wir werden hier nicht durch waschen alles absuchen jeden winkel von diesem game ich sage auch wenn ich keine ahnung 100 folge brauchen für dieses spiel ist mir so egal ob ich werde hier nicht durch waschen das kommt bei diesem let's play nicht in der frage weil das sind meisterwerk moment der weitsprung ich bin das nicht gewöhnt dass das man jetzt im weitsprung machen kann ja geil wir können es das denn Du wirst dich nicht machen. Du wirst dich nicht overlaufen. Du wirst mich nicht mehr... ...und sie nicht mehr wütend stehen. Du wirst dich nicht mehr wü honoring. Ach, was soll der sexy Sinn sein werden? Du wirst dich nicht verlassen. was ist hier ach du scheisse bruder muss los ok moment von wo komme ich und hier ich kann mich durchzwingen perfekt oh mein gott bin ich fast erschrocken alter lege mich ich Jo, jo Ei Makala Ach, was er lebt noch Ach was, ich kann, man kann ausweichen Jo, okay, das ist geil Alter, ich weiche doch aus, lege mich doch am Nukle, Alter Eijal Bruder Ja, ist klar, ne? Hallo Ah, okay Das ist noch immer so geblieben Wie in Messenzellen Perfekt Eieiei, was war das gerade Hihihiga Okay, so früh hat man in der ersten Zeit noch nichts zu tun mit dem Infizierten Ich habe das da auch noch gleich vom Nachladen her Perfekt Das ist nice, dass das meiste geblieben ist von der Steuerung Ein paar neue Sachen hat es, wie zum Beispiel das Ausweichen, das finde ich Das finde ich am geilsten eigentlich, wirklich Das finde ich am geilsten Das finde ich am geilsten Ah ja Bruder Oh, okay hallo okay hier kommen wir nicht rein okay schauen wir uns mal um da kommen nicht durch haja ich will jetzt in mir mit das mit x durchziehen okay schlaf gut nichts mehr im Moment, das entlassen wir auch noch Toilette, hallo? will das nichts? ok ok, da ist echt nichts nicht zum Plündern noch ein bisschen Munition, perfekt was ist der einzige? wenn der Zinten das auch noch kennen kann Kommentar pssst schlaf gut Kumpel wow schsch chuch ... ... okay, Moment Kom, Kom Kom, Ferrek Junge, verreckt! Ach! Gut, sagst du mir das? Ebi hat sich verlaufen. Ja! Ja! Junge! Hallo! Ja, Alter, wie soll ich's sehen, wenn der Eint angreift? Eyo, Bruder! Läuft bei euch, ne? Ich meine, mal nachgeladen. Ich kann nicht mitnehmen, ja geil! Eieieiei! Freunde, Freunde! Ich glaube, hier kann man nicht hoch, ne? Nee! Wo? Ah! Nein! Oh! Mach! Ich hab auch da weg! Ich war's los! Das Wetter wird schlechter! Wo ist die Straße? Ja, ich hab auch da weg! Ja, ich hab auch da weg! Ja, ich hab auch da weg! Ich hab auch da weg! Das Wetter wird schlechter. Wo ist die Straße? Spuren 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 ich weiß Ich dachte halt immer, dass du sie nicht leiden kannst. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Okay. Ich finde, sie hat wirklich Talent. Ein Mädchen hat mir sogar dein Tattoo. Oh, das ist so nett von dir. Und sie war nicht die Richtige für dich. Interessant. Klappe. Okay. Geil. Gut, schauen wir uns mal um. Ja, nice Munition. Ich mag das, ne? Hier geht's lang. Wow. Na, wie findest du die Aussicht? Das ist ziemlich schön. Ja, diese Rote hat auch Vorteile. Na, das sieht so geil aus. Boah, Alter. Das liegt so'n solchen Spiel mit so'n Grafik. Ai, nee. Was? Ach, was ist jetzt ein Tagbuch? Tina hat gefragt, ob ich zum Tanzabend gehe. Und sie hat meinen Arm berührt. Arg. Ich bin echt gestört. Ihr seid kein Idiotin. Sie ist zu allen so. Versaublos eure Freundschaft nicht. Versaublos eure Freundschaft nicht. Warum steht das zweimal? Versaublos eure Freundschaft nicht. Alles klar. Heute war es total verrückt. Ich habe Angst. Ich bin aufgekratzt. Ängstlich. Ich muss das einfach wegpennen. Der Schnee hat die Erde erobert. Ich trete auf Eis. Alter. Dino, bist du? Mit wem warst du auf dieser Route? Jesse? Eugene. Klar. Oh, Eugene. Mann, wer weiß dich. Oh, ja. Ah, ja, sie macht das so rein. Ja, moin. Ja, loll. Ja, loll. Hoch mit die Rallye. Ja, die geht da rein. Ja, Moment. Da kann ich nichts, ne? Gut. Ja, ohne Bon, Alter. Lol. Hey, ich wette, in die Bon gehörte Eugene. Hahaha, was? Hey, du hast nicht zufällig Gras dabei? Ah, der Eugene hatte immer was dabei. Yo, Alter. Oh, der Elikoppt wegen Gras. Yo, ist klar, ne? Geil. Oh, fertig. Ey, das ist doch die Stadt, wo Abby unterwegs ist. Da ist die Stadt. Mit dem grossen Turm. Ja, da ist der nächste Posten. Gehen wir zurück zu den Pferden. Ich finde diese Gespräche so unterhaltsam, Alter. Die sind so geil gemacht. Wir sind auf der Patrouille. Es geht um Infizierten, ich muss aussehen. Aha, das ist die, ja gut. Da bin ich wirklich alles nicht. Perfekt. Gut. Was ist das? Okay. Ja, danke. Wow. Wie du sterben wirst? Lass mich raken. Halte. Hab ich mir den Wissen versaut? Nein. Vielleicht. Make me. Sorry. Oh ja. Hey, sehen wir uns die Häuser an? Ich werde verlassen. Aber wenn du möchtest, kannst du bestimmt verfolgen. Was weisst du über diesen Ort? Das ist eine normale, katholierte Siedlung. MP4 kommt nach oben so weit herauf. Okay, Leute. Hallo? Da ist nichts drin, ne? Die Wohnwagen sind süß. Wie kleine, fahrende Häuser. Ach du! Okay. Das ist auch wieder neu aufgebaut, ne? Hm. Würdest du nicht? Ah, okay. Okay. Hey, das ist der Meer noch. Oder auch in ein anderes Land. Vielleicht eines Tages. Ach, träumen weiter. Okay. Jesse hat viel über Kanada geredet. Er sagt, da gibt es eine Kugel. Okay. Wirklich? Er ist doch total der Jackson-Typ. Jeder hat seine Träume. Was machst du heute Abend? Äh... Ich dachte... Ich sehe mir... Joe einen Film an. Oh? Ist alles klar? Ja. Was für einen Film wollt ihr gucken? Worauf steht Joe? Äh... Kurt ist ein weiterer Zeit. Den hab ich schon... Oh, wow. Wer mag diese... Schlechten... Hey, da komm ich doch sicher irgendwie hoch. Der hat er voll drauf ab. Ja. Oh nein. Mir gefällen sie tatsächlich auch. Was ist mit dir? Äh... Was machst du nachher noch? Ein paar Leute wollen dich wohl rauslassen. Zum Schlittenfahren. Hahaha. Das klingt gut. Ja. Wollen wir uns danach treffen? Äh... Da ist nix, da ist... Oh. Ich spiele dich Gitarre für dich. Okay. Lieber Weihnachtsmann, ich war dieses Jahr ganz brav. Kann ich bitte einen grossen Hund haben? Er soll meinen Papa beschützen, wenn er für uns Essen holt. Und er kann auch unser Haus den Monster beschützen. Und er kann mein Freund sein, wenn mein Papa sich im Schlafzimmer einschliesst. Alter. Wart. Wart. Da war... Wart. Ist der im ersten Film? Äh... 10. Warte. Wie viele Teile gibt es davon? Äh... Ich glaube es sind 4... Was? Wir wurden im letzten noch ein Kino gesehen. Ist das nicht irre? Ja. Glaubst du, dass da draußen noch irgendwer Filme macht? Zugesperrt? Ganz kurz. Was macht dich so sicher? Hm. Ich meine, was wenn alle wie wir sind? Und Tag für Tag nur überleben? Naja. Ich schreibe Musik also. Wenn man eine Kamera hat. Warte, Moment. Es gibt original Ellie wieder? Jetzt haben wir keins vorgespielt. Ich weiss nicht. Ganz gut, wenn wir die Pillen haben, dann können wir uns auch so verbessern. Weiss Munition. Oh, keine Sammelkarten. Ach was, jetzt sammelt sie die Sammelkarten. Im ersten Teil war es die Comic-Häfte. Jo. Okay. Das ist nice. Jo. Okay. Okay. Da kommen wir nicht hoch, ne? Ja. Ja. So. Da kommen wir eh nicht hoch. Das sieht man schon. Hey. Warum kommen wir jetzt? Warum kommen wir jetzt auf dieses Auto, lol? Ah, das ist noch ein Haus. Okay. Hier müssen wir doch irgendwie auch reinkommen. In diese Hütte, oder nicht? Hey, nein. Und warum das nicht? Ja, lol. Okay. Wie ihr meint, ne? Ja, okay. Die meinen es wirklich so, ne? Da kommen wir ehrlich nicht rein. Ja, ich glaub doch, das war alles, ne? Von den Häusern. Ja, das ist genau so, ne? Ja, lol. Okay. 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 Wenn ihr es so wollt. Moment. Moment. Warum nicht in diesem Haus? Ja, das ist das vom Auto und da waren wir. Ja. 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 Ja.